Das sieht geil aus, oder? Voll! Wahnsinn, oder? Das musst du aber von der Seite filmen! So! So muss ich das filmen! So muss ich das filmen! So muss ich das stehen! Und die Kamera rechts grad halten, dass es pur steil ausschaut! Die Kamera Warte, 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 warte. Da ist noch Luft, da geht es immer weiter. Da kommt der Zug da ein bisschen auf, gell? Und der Mühle ist noch.